halli hallo youtube und halli hallo meine lieben star citizen freunde willkommen zu einer neuen folge beziehungsweise zum zweiten part ich habe euch ja versprochen ich mache noch den dog fight genau ich weiß nicht ob es im letzten video ein bisschen komisch rübergekommen ist oder ob es richtig gesagt habe oder falsch rübergekommen ist natürlich bedanke ich mich erst mal für den tipp mit dem mit dem feststellen des kümmels mit ich glaube strg und ich habe es wirklich jetzt wieder vergessen hätten müssen müssen noch mal nachschauen ich glaube strg und irgendwas ist mir so falsch rübergekommen vielleicht im letzten video also ich wollte mich wirklich bedanken dafür aber ich bräuchte dass er dauerhaft also wenn es eine dauerhafte lösung gibt werde ich euch sehr verbunden wenn ihr da was wisst ich habe da mal ein bisschen gesucht aber so richtig finden tut er nichts damit ist der g und severs da kann man das so ein bisschen bisschen fixieren aber das ist das genau was ich bräuchte oder ich brauche es ja noch nicht immer aber ja ist ja jetzt auch egal trotzdem vielen dank dafür dann was wollte ich noch sagen und zwar wollte ich noch sagen ich glaube ich habe mich sogar vertan im letzten video da habe ich gesagt die mustang hat schlödersitz kann das sein also ich bin mir nie mehr sicher aber es kann mir irgendwie so vor und das stimmt natürlich nicht nur die aurora den schlödersitz sollte ich mich da wirklich vertan haben tut es mir wirklich leid dann muss ich hierfür noch mal entschuldigen hoffe dass es sich sauer aufgestoßen bei euch so dann machen wir jetzt mal den spektrum match es stört mich irgendwie wie ich das reingekommen ist genau warum spiele ich mit der titel und nicht mit der und nicht mit der mustern ganz einfach geteilt das natürlich besser bestückt von den waffen und die teilten bin ich noch so noch gar nicht geflogen jetzt habe ich natürlich voll versammelt so hat er mich natürlich jetzt gekillt ne so das news geht aber nicht weg super klasse ne stylisch gemacht wer weiß wo das user kommen wir nennen es einfach mal zugabe also genau wir nennen es jetzt einfach mal zugabe von von der titan special die 100 muss weg die 100 das ist der versteckt oder hat er gerade ein dinger gefolgt warum stehe ich eigentlich jetzt fällt es mir gerade auf bin ich kaputt irgendwas war super jetzt habe ich meine misst das natürlich rausgefolgt ganz deutlich gemacht habe ich gesagt muss dann ich meine natürlich die die 100 die 100 die ist so schwer zum steuern nein der hat mein raumschiff gemobst du schwein das war meins 25% und nur fünf der menschner also wirklich leute dann trifft man den ich habe irgendwie die die flares irgendwie gedrückt warum auch immer also mir kaum sind was ich vor so dass sie nicht rausgekommen sind ja das just ist schon eigentlich dürfte man das gar nicht aufnehmen eigentlich dürfte man das gar nicht aufnehmen kommen wir das nur vor so vor haben sie die titan komischerweise 10 10 meter pro sekunde langsamer gemacht ich glaube das täuscht wo war das ist der g und c 90 vorn immer bei die gehen das treffen schon zum tun ich sehe den jetzt jetzt sollte nicht mehr da haben problem mit diesem händchen so So, und ich glaube, ich muss das schon wieder beenden, mal wieder. Oder? Ich hoffe, ich habe eine Tochter, ich habe es noch ein bisschen weiter. Meine Kleine, die schläft zur Zeit ganz, ganz unruhig, süßlich krank, süß, keine Ahnung, was mir gedacht ist. Ich werde es zu spät. Wo ist denn der jetzt? Kann das sein, dass ich den Bug habe? Der bewegt sich so. Ich bin gerade total außer, außer, ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich habe noch keinen Erfolg. Ich mag noch einen Erfolg haben. Ich muss noch irgendein Mal abschießen und dann mache ich den Schluss. Ähm. Geil. Gehst du mal aus, mein Bild? Ja, Kollege. Hallo, Kumpel. Wie fängst du mal ein Bild drin? Ah, Leute. Schleich dich jetzt hier, du. Kann man den hier irgendwie abschütteln? Heute ist wieder ein Tag der Bugs. Ich brauche jetzt noch Erfolg, Leute. Ich brauche noch den Erfolg. Wenn ich was sehen würde? Nein. 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 Ey, bitte verzeiht's mir. Oh. Ihr sagt jetzt bestimmt, das hättet ihr doch sehen müssen. Aber nein, ich habe es überhaupt nicht überrissen. Da war mir ein Typ irgendwie im Weg. Ich habe mich drüber auf meinen eigenen Skin da konzentriert. Äh, dass ich da gar nicht aufgepasst habe. Na, manchmal frage ich mich, hey, Leute, wo sind meine Missiles? Der ist doch jetzt gar nicht weit weg. Und trotzdem hat er den noch verloren. Boah, wo kam die jetzt her? Wo war die Warnung, bitte? Alter. Ach, Ballistik. Ach, der hat mich gar nicht mit einem Missil. Okay. Das ist natürlich sehr fies. Man konzentriert sich auf was. Denkt sich, hey, cool. Jetzt habe ich ihn. Und dann kriegst du so eine vor das Fressbrett. Komm, mach doch mal ein paar Punkte hier. Kollege. Jetzt haben wir mal alles raus, was wir haben. Wo ist denn eigentlich mein... Das ist egal. Und schon wieder stehe ich. Warum stehe ich denn bitte? Alter, hallo. Wie angewurzelt. Jetzt. Hey, super. Manchmal denke ich mir, heute ist es... Also entweder ist das Spiel heute verpackt oder ich bin heute zu blöd zum Spielen. Und schon wieder. Jetzt habe ich natürlich den Pommel, den... Jetzt ist der, hat sich der in Luft aufgelöst. Ich bin jetzt in den Kappen. Ich werde jetzt stehen. Ja. Ja. so entschuldigung dass ich jetzt aber ich bin wirklich beschäftigt wo ist meine darum ich habe mit diesen blauen stich so ein problem ich sehe leute ihr könnt mir gerne meine kommentare schreiben ob sie dasselbe problem oder ob ihr das irgendwie anders seht aber ich habe so dermaßen das problem damit der kommt gar nicht durch die schilder durch alter lasst mir doch mal die chance ich sehe weg und und leute Nein Echt jetzt Bin ich echt rausgeflogen Ach ne, jetzt habe ich mich knock out Oh, schnell, schnell, schnell Oh, schnell, schnell Leih ab jetzt Ach man Ich kotze gerade richtig ab Komm jetzt, gib alles Toll Dann nimmt man sich vor, alles zu geben Und dann hängt eben so ein blöder Arsch im Gesicht Wen habe ich denn da jetzt und wie ist hier den da? Ja, ich habe ihn Ach so, zumindest ein Rassist habe ich gemacht Immerhin So, obwohl ich nichts gescannt habe Ich sehe nix, ich sehe nicht, wo mein Flugzeug ist Ich sehe nicht, wo der Feind ist Das ist eine Einzelne Einzelne Äh, eine Einzelle, ne? Jetzt ein einziger Rätselraterei Hey, ist jetzt mein Typ weg? Komm schon, komm schon, komm schon Hier rein, hier rein und Jetzt muss er abtrennen eigentlich Eigentlich hätte er jetzt abtrennen müssen Weil er ebenso auf mir meine Müsse getroffen hat Aber irgendwie So, ein 5 Ich muss mir mit der Ballistik treffen Weil die Vieh sauberer trifft Dieser Fight nach unten Als ob sie es riechen würden, dass ich nix sehe Jetzt habe ich mich natürlich Genockt Jetzt kommt bestimmt gleich den Müssl Oh, schon wieder Ja, ja Ich merke es, ich merke es, ich merke es Warte, ich bin Ja Komm schon machbar Punkte, ja Geh durch Boah, wer die Kanonen, die da auf mich schießen Ich habe wirklich Ich sehe dieses Blaue, ich hasse dieses Blaue Das ist eine Katastrophe Dieser Kontrast Habt ihr einen Tipp für mich? Das wäre echt eine geile Sache Wenn man den Kontrast mal irgendwie runterstellen kann Das bei mir so ins Hellblaue rein Und dieser Rot Dieser rote Stich, den der andere hat Vom Markieren her Ich sehe es nicht Ja, das wären heute diesmal ein bisschen wenig Punkte Für mich Hm, 600 Score ist schon echt schwach Also da würde eigentlich mehr gehen Aber Ich sage ja nur Use, ja Use the skillers Komm schon Hau raus, halt Wann raus, die Müssl Ist der vor dem Astrid oder hinter dem? War ja klar Ist das nicht das? Ist das einer? Da hat man ihn echt mal vor der Flinte Und dann ist er so ein kleiner Astrid Toll 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 Zwei Alter Wie schnell dreht denn der? Was ist denn das? Schon wieder Boah, ich hasse diese Kampfjets Ich hasse sie so sehr ich krieg hier nur einer auf das fressbrit, nur einer auf das fressbrit krieg ich 6 raketen wer schießt denn da 6 verfluchte raketen habt ihr das gesehen? ok es hat mich ein repeater oder sowas gekillt aber trotzdem 6 stück alter kommt bevor er sich wieder fängt das gibts ne wie schnell kann denn der sich fangen? alter warum? ich kann mich nicht so schnell fangen und der schon das ist so gemein ich treffe aber an die den missus habe ich schon verballert diese verdammte juster warum steht denn das heute heute an so einem verfickten schönen tag draußen wo es heute geschneit hat im übrigen bei uns ja geschneit da kriegt man doch eigentlich die pille ne treff 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 nach naja immerhin ein paar punkte team 2 duo aber kein kill gemacht na schade immerhin ein victory also hätte man nicht diesen boucher wie heißt hätte man glaube ich das verloren genau vielen dank fürs anschalten Leute hat euch spass gemacht und ja lasst doch bitte mal einen Daumen da oder Kommentar da das würde mich echt schön freuen ihr seid da ein bisschen sparsam mit dem ganzen ja ähm ja genau dann würde ich sagen sieht man sich und spätestens auf youtube oder vielleicht doch mal im im universe wer weiß also von daher haut rein ciao ciao Leute hat Spaß gemacht